Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 29. Oktober. Heute haben wir dabei AirPods Pro, AirTag, WhatsApp, Deezer und Fitbit. Beginnen tun wir mit der großen Überraschung von gestern. Apple hat auf einmal, zack, AirPods Pro vorgestellt. Ja, die Gerüchte gab es schon länger, aber man hat ja eher gerechnet, dass die in einem Rahmen von einem eventuellen iPad-Event vorgestellt werden. Jetzt sind sie aber auf einmal da. Die AirPods Pro. Das sind AirPods als In-Ear-Variante mit aktiver Geräuschunterdrückung. Sprich, ein Mikro monitort draußen die Geräusche und filtert die entsprechend raus, wenn ihr Musik oder auch Podcasts hört. Sie sehen ein bisschen kleiner aus als die klassischen AirPods. Wie gesagt, sind In-Ear mit drei austauschbaren Silikonkistchen oder wie die heißen. Akkulaufzeit ist ähnlich wie bei den AirPods. Das ist toll. Also praktisch gleich, außer man hat die aktive Geräuschunterdrückung an. Dann ist es statt fünf Stunden nur 4,5, wenn man sie im Ohr hat. Das Case hat auch wieder 24 Stunden, wo drin geladen werden kann. Ist ein bisschen optisch breiter und dafür ein bisschen nicht so hoch. Das ist natürlich einfach der neuen Bauweise geschuldet. Ist auch Key, also man kann es einfach auf eine Ladematte legen. Hat aber auch logischerweise einen Lightning-Anschluss, wenn man das Kabel benutzen möchte. Die Teile haben den H1-Chip verbaut und kostenswert 79 Euro. Ja, es ist nicht günstig, aber macht halt auch Sinn, wenn die anderen entsprechend auch schon bei plus minus 200 Euro liegen. Nächstes Thema von Apple. Die haben ja auch diverse Updates verteilt. iOS 13.2. Und darüber möchte ich gar nicht reden, aber ein interessanter Fakt wurde im iOS und iPadOS 13.2 entdeckt. Und das ist der Name für die Bluetooth-Tracker von Apple, die auch schon lange im Raum stehen. Also sprich so kleine Sender, die man irgendwie sich in die Tasche packt und dann kann man über die FindMy-App von iOS entsprechend seine Tasche finden. Und da gibt es ja schon seit, ach, seit, weiß nicht, Jahren, also vor fünf Jahren hatte ich glaube ich meinen ersten, Konkurrenze von anderen Herstellern. Und was heißt Konkurrenz? Apple ist ja noch nicht da. Also es gab andere Hersteller wie Teile zum Beispiel. Und ja, Apple schlagt da jetzt wohl ein und die Teile werden dann AirTag heißen. Das verrät zumindest, wie gesagt, iOS und iPadOS 13.2. Und was es auch verrät, es wird wohl austauschbare Batterien geben. Das ist auch schön, denn viele der anderen Hersteller haben festverbaute Batterien. Und dann kann man die Dinger nach einem Jahr als Plastik-Elektromüll wegschmeißen oder austauschen. Sehr schön. Wir sind gespannt, wann die Teile auftauchen. Und wenn die AirPods Pro schon einfach so auftauchen, dann werden die AirTags wahrscheinlich auch keine eigene, in Anführungsstrichen, Veranstaltung bekommen. Oder sie kommt auch noch mit dem iPad. Nächstes Thema, was mich sehr freut. WhatsApp bekommt endlich ein Update, was schon lange überfällig war. Und zwar stumm geschaltete Chats werden nicht mehr auf iOS vorne im Batch gezählt. Das finde ich super, denn ich habe beispielsweise diverse Pokémon-Gruppen und Pokémon-Go-Gruppen, um genau zu sein. Und da sind die Leute teilweise am Tag halt 600, 700 Nachrichten. Die habe ich logischerweise stumm geschaltet. Aber mein Batch-Indikator auf meinem Screen hat natürlich immer hier irgendwie die, was weiß ich, hier 600 stehen. Und ich verpasse da durchaus mal die eine oder andere richtige WhatsApp. Und wie gesagt, da gibt es jetzt ein Update, was gerade verteilt wird. Und wenn ihr einen Chat stumm schaltet, gibt es entsprechend auch mit dem Batch-Indikator keine Informationen mehr, dass da Nachrichten auflaufen. Das finde ich sehr gut. Musik-Streaming, da reden wir ja meistens von Spotify und Apple Music. Da gibt es aber noch diverse andere Anbieter, wie zum Beispiel auch Deezer. Und dieser hat jetzt das 360-Reality-Audio-Format von Sony aufgegriffen und dafür eine eigene App rausgebracht. 360-Reality-Audio ist einfach entsprechend ein neueres, tolleres Audio-Format, gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut entwickelt, was dann halt einen großen, tollen, dreidimensionalen Raumklang erzeugt. Wie auch immer das funktioniert. Dafür gibt es entsprechend jetzt die App 360 bei Deezer. Und dort kann man entsprechend halt diverse Künstler wie Aerosmith, Britney Spears, Marvin Gaye und Miles Davis in 360-Reality-Audio hören. Das Ganze funktioniert nur, wenn man einen entsprechenden Paid-Account von Deezer hat. Was aber sehr schön ist, wenn es schon eine zweite App dafür gibt, die synchronisiert sich mit der normalen Deezer-App. Sprich, ihr habt praktisch euer Profil, was ihr gehört habt oder was ihr hört und welche Playlisten ihr habt. Das ist alles zwischen beiden Apps ausgetauscht und synchronisiert. Das finde ich auf jeden Fall gut. Ansonsten denke ich, hätte nicht unbedingt eine extra App brauchen müssen. Aber das ist nur meine Meinung. Zum Ende noch ein großes Gerücht, was die ganze Nacht aus dem Valley kam. Und diverse Anbieter und News-Blogs und sonst, wir haben darüber berichtet, scheint eventuell heiß zu werden, Google könnte Fitbit übernehmen. Fitbit ist ja schon länger ein bisschen so am Strugglen. Nicht zuletzt halt auch durch die Erfolge von Apple und der Apple Watch. Und im September wurde bekannt, dass die halt auch zum Verkauf stehen. Damals ist schon Google im Raum rumgegeistert und jetzt wird es wohl konkreter. Anscheinend reden die. Ja, man weiß nicht mehr. Keinen genauen Preis, kein nichts. Man weiß halt nur, dass das wohl zur Debatte steht. Und die Börse hat auch direkt reagiert. Die Fitbit-Aktie ist teilweise um 18% sofort hochgegangen nach dem Gerücht. Ja, warten wir mal ab. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Tagen und Wochen bestimmt was von hören. Ob es stimmt oder auch nicht. Ja, und das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen tollen Dienstag. Bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.